Hallo Borussia Dortmund-Fans, willkommen im Kanal, hier könnt ihr über die neuesten BVB-News auf dem Laufenden bleiben, also hinterlasst ein Like und abonniert den Kanal, um die nächsten BVB-News nicht zu verpassen. Borussia Dortmund würde Interesse am Stuttgarter Rechtsverteidiger Joza Vagnomen zeigen, konkrete Gespräche dazu gab es bislang jedoch nicht. Die Verpflichtung eines neuen Rechtsverteidigers ist eine der Aufgaben von Sebastian Kehl für diesen Sommer. Und der BVB hat ein Auge auf Joza Vagnomen geworfen. Dies berichten die Stuttgarter Nachrichten, die hinzufügen, dass sich das Interesse noch in einem sehr frühen Stadium befinde. Laut der Zeitung fühlt sich der Rechtsverteidiger bei Stuttgart sehr wohl und hat noch keine konkreten Pläne, den Verein zu verlassen. Und auch der Bundesliga-Rivale denkt nicht darüber nach, den 22-Jährigen zu verkaufen. Vagnomen hat mit Stuttgart eine beeindruckende zweite Saisonhälfte hinter sich und wurde im März auch zum ersten Mal in die A-Nationalmannschaft Deutschlands berufen. Der ehemalige Hamburger kam in der vergangenen Saison auf 29 Einsätze und erzielte dabei insgesamt drei Tore und vier Assists. Seine beste Leistung erzielte er im April gegen Borussia Dortmund, als er Stuttgart zu einem beeindruckenden 3a3 und entschieden verhalf. Joza Vagnomans aktueller Vertrag bei Stuttgart läuft noch drei Jahre. Und da Stuttgart ihn diesen Sommer nicht verkaufen möchte, muss Borussia Dortmund wahrscheinlich eine hohe Ablösesumme zahlen, wenn sie ihn verpflichten wollen. Die Schwarz-Gelben müssen außerdem Thomas Meunier verkaufen, um diesen Sommer einen neuen Rechtsverteidiger zu verpflichten. Konkrete Angebote für den belgischen Rechtsverteidiger liegen ihm allerdings noch nicht vor. Es wurde berichtet, dass auch Matoi Mori den BVB diesen Sommer verlassen kann. BVB-Fans, schreibt eure Meinung in die Kommentare. Und den Kanal abonnieren, ich komme jederzeit wieder und bringe weitere Neuigkeiten vom BVB.